Lieber Professor Wolf, im Namen der Halliziana Schola Cantorum in Lemberg und allen galizischen Musikwissenschaftlern gratuliere ich Ihnen ganz herzlich zum Geburtstag. Wir sind stolz, Sie als unser Mitglied zu haben und wünschen Ihnen von ganzem Herzen noch viele Jahre in guter Gesundheit zu verbringen und weitere Generationen der Musikwissenschaftlern zu inspirieren. Mein Geburtstagsgruß möchte ich Ihnen mit der internationalen musikalischen Kadenz zum Ausdruck bringen und ich spiele die auf vergessene Art von Niklaus Bruns. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020